Halli hallo hallöle wir haben den 4. Dezember was bedeutet das? Richtig! Viertes Türchen in der Hoffnung dass wir heute nicht so viel krach machen das vierte Türchen das befindet sich jetzt da 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 mal schauen was heute ist nicht gerade besonders groß zack zack und das ist immer so blöd mit dem verkleben man hat ja schon sein scherchen parat muss nur aufpassen dass ich dann natürlich nicht böse böse was kaputt mache und das ist ein tütchen mit ja antrieb ich würde jetzt mal sagen so hat antrieb mäßig ich guck mal gerade ja gut ich weiß jetzt wo und wie und was stellst mal lieber runter und zwar ist das die gegenseite von dem ding warum das mal von dem antrieb so schrauben wir mal so und dann sind wir schon bei der letzten schraube zack 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 nicht so fest nicht locker so und fertig ist der antrieb ja das war eigentlich schon was heute in dem tüchen drin war jetzt haben wir schon mal den naja hintern ein bisschen fertig gut ja in diesem sinne das war der vierte dezember das vierte tüchen schauen was morgen dran ist im fünften tüchen bis dahin ciao